Hallihallo, herzlich willkommen auf dem Manz2xrp, heute mal eine Runde Minecraft Survival Games und man hört schon wunderschöne Sounds, aber erstmal, hallo X-Wing. Hi, na, hier ist der X-Wing. Ja, wie gesagt, heute eine Runde Survival Games, heute ist der 1. April und da dachte natürlich Minecraft, wir tun einfach mal einen Streich stellen und zwar gegen die Spieler und komplett Minecraft. Und jetzt hört man die ganze Zeit, jedes Mal, wenn irgendjemand läuft von uns, sagt die ganze Zeit Stone. Nicht nur das, sondern auch, ihr könnt es ja versuchen mal was abzubauen, also nur so ein bisschen draufklicken. Bei mir sagt die ganze Zeit Stone. Naja, schon. Break. Hau irgendwo was drauf. Irgendwohin sagt der dann Break. Oder Scoop. Break. Goop. So viel hindert. Warte, was sagt der hier? Na, was ist denn? Muss mal runterfallen, dann sagt der ganze Zeit, oh. Oh, das sag ich auch schon. Wut, 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 wut. Also Leute, das ist ein super hammermäßiges Ding, ja. Was sich hier Minecraft einfallen gelassen hat und wenn man schon mal, ne, hat man noch nicht. Genau, den Skin. Nein. Du musst mal auf, du musst mal auf Wasser zeigen. Hä? Da sagt der ganze Zeit, Water. Water, Water. Achso, das Eis, wo ist denn Water, Wein? Hier. Achso, Splash. Water. Splash, muss reinspringen, Splash. Splash? Splash, there is water here. Ey, das ist so genial. Water, there is water here. There is water here. Nein. Ja, ich bin gerade auch da runtergefallen. Hör? Bei der Leiter. Nein, wieder bei der Leiter. Puh. Ah, ich bin es noch nicht gewöhnt hier. Ich versuche immer mit Doppelklick zu rennen. Mach ich auch. Man kann ja auch mit S-T-A-G... Nein. Bleib um. Also, Leute. Das dauert noch ein bisschen, bis hier die Lobby voll wird, glaube ich. Nein, er springt nicht. Der Splash ist mega. Alter. Ich will nicht wissen. Komm, mal, wenn du das nächste Mal runterfällst. Nein. So, hier. Oh, passiert nichts schon. Vielleicht im Spiel dann. Nein, weil wir uns nicht schlagen können. Dann lass uns mal mit der Faust dann so weit weg im Schlagen. Wenn man so jemanden getötet hat, kommt... Oh, in 60 Sekunden geht es schon los. Echt? Cool. Teleporter. Ich will mich zu... Oh, nee. Hä? Achso, nee. Erstmal Deathmatch. Ja, nee. Brauch' man noch ein bisschen. Letterstone, stone, 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 stone. Letterstone. Das ist so mega. Also... So beschämmernd irgendwie. Aber irgendwie auch so geil. Nein, warum drück' ich nicht Schiff? Mann, ich komm' die blöde Leiter nicht hoch. Die zweite, ne? Ja, die zweite. Ja, da musst du Schiff drücken. Ach, scheiße. Huh. Wie das die ganze Zeit klingt, ey, das macht den... Nein, der schweigt echt. Arena Deathmatch, quasi gerade noch. Da guck' ich mal zu, da guck' ich mal zu. Da guck' ich mal zu. Ne, wir sind's dann noch. Nein! Ich wurde... Ah, jetzt. Wir waren alle... Wären wir automatisch reingeportet? Was? Keine Ahnung. Ich guck' hier... Wann darf man schreien? Ja, ich auch. Ey, die machen... Uh, uh, uh. Pew! Wenn sie Angel machen. Oh mein Gott. Die... Oh mein Gott. Oh, uh, 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 uh. Aber die Pferdegeräusche sind geblieben, okay? So... So... Hehehe. Pew, 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 pew. Geht das eigentlich hier? Nee. Okay, das war jetzt irgendwie... Restarting, ja, das war zu spät, dass wir da rein gehen. Lass mal, lass mal, lass mal, lass mal. Äh, lass mal 33 gehen. 33 gehen. 33? Wusstest? Warte rechts, ne? Bissl rechts daneben. Ach, bissl rechts daneben, okay. 30? Seh ich. 33. 33 da. Wut. 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 Ist das hier jetzt? Ne, das ist auch nicht richtig. Das ist auch nur zum spectaten. Achso. Ja, das ist doch. Weiß ich. Ja, mach mal Slashleaf wieder. Geht hier gar nicht. Wie kommt man denn hier zurück? Hab, hab, hab. Hab ist das. Ach, diese blöde Fliege. Ja, die blöde Fliege. Von meinem Streaming mir zugeschaut habt. Ich hab hier seit Wochen eine Fliege in meinem Zimmer. Krieg's einfach nicht raus. Lauf mal auf Rolle. Ja, mach mal jetzt nochmal 13. Lauf mal auf Rolle. Rolle? Wo ist Rolle? Ah, egal. Ne, das ist aus Clay. Wo wüsst'n du? Der kommt Sacker an. Hier, äh. Ah. Mein Wink 35. Ich bin wieder rausgefallen. Die ist grad am aufbauen. Achso, als wäre ein Premium-User, wurde Platz gemacht, ey. Ich glaub's noch. 35. 35. 35. Moment. Schnell. Gleich ist voll. Such, hier. Voll. Das Ding ist schon voll. Ach, verdammt. Ach, dieser blöde Fliege geht mir um den Sack. Ich mach den Chat jetzt aus. Ähm. Klick, 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 klick. Hier, äh, 20, oben, ist das. 20, 20. Diese blöde Fliege geht mir um den Sack. Sto, 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 Sto. Ach, Fliege, mach mich nicht aggro. Ja, äh, Premium, bla, und so. Wurst rausgeschmissen? Ja. Okay, weil dann geh ich auch zurück. 44. Wollte du uns erst den, erst den Chat wieder anmachen. 45 ist grad. 45. Ganz, ganz low. Da müssen wir eigentlich noch reinkommen. 45. Ganz recht. Oh, jo. Chat wieder ausmachen. So, da bist du, ich sehe dich. Hab ich hier eigentlich die gleiche? Ja. Das ist ein Item. Wait, right, klick to. Wow. Also es ist voll schwierig, sich da zurecht zu finden. Da bist du. Was, was zu finden? Sich da zurecht zu finden, weil hier so viele gleich aussehen. Ach so. Äh, warte, warte. Ja, ich bin hinter dir. Hier. Gibt es hier eigentlich auch einen Jump Run? Weißt du das? Keine Ahnung. Äh, keine Ahnung, die kenn ich ja noch gar nicht. Ich glaube, die kenn ich auch nicht. Oh. Squares, squares, squares. Warte mal hier. Äh, äh. Ey, Lilies machen keinen Sound. Water. Water. There is water here. Wut, wut, wut. Total behindert, Alter. Gleich geht's los, gleich geht's los. Ja. Alter, das ist so eine kaputische Scheiße. The rules exit. Wie nennt man eigentlich diese unsichtbaren Blöcke? Unsichtbare Blöcke? Keine Ahnung. Ach so. Manche nennen sie auch Leiter. Oh, egal. Manche nennen sie auch Leiter. Okay, geht los. Yay. Wo bist du? Ach hier. Okay. Ja, klug, wir sind direkt nebeneinander. Das kann auch die Leiter hochgehen, okay? Okay. Okay. Komm, ich zu dir. Wirklich die Leiter oder hier den Dreck? Nee, lass die Leiter hochgehen. Ich geh den Dreck hoch, das glaub ich, ne? Ja, okay. Also, du kannst halt die Leiter hochgehen, du bist ja direkt daneben. Also, klick, klick. Klick, klick. Klick, 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 klick. Klick, 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 klick. Ich hab deine Nase, klick, klick. Ach, Fliege, wisst du? Klick, 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 klick. Ich bin so beliebt, ey. Auf dem WhatsApp-Nachrichten. Klick, 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 klick. Verhindert, alter. Was? 23, einer schon geliebt? Don't, 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 don't. Klick, 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 klick. Okay, los. Ja, 5, 4, 3, 2, 1, was? Sag, ich bin auch oben. Wo bist du? Hat man dir was geholt? Nein, ich war schon geboxt, nein! Wo bist du? Nach links gegangen. Links? Warum nach links? Keine Ahnung. Da, da bist du. Holen, holen, holen. Ja, ja. Das hier. Ich bin zurückgekommen, ja. Weißt du was? Oh, ist er? Kuss, 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 kuss. Oh, nein! Wir müssen Kisten finden. Ich wollte da nicht in die Mitte. Oh, kuss, 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 kuss. Alles runtergefallen. Komm mal, ich am besten hoch. Du das? Nein, das bist du nicht. Hau ihn. Nein, 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 nein. Wo bist du? Ich hab nichts. Ich hab noch gar nichts. Wo bist du? Bist du da weiter in den Wald reingelaufen, oder? Nein, ich bin noch da. Ich bin wieder an diesem... Wenn mich eizt, hat er mich losgelassen. Warum müsst ihr da irgendwie reinkommen? Ich bin jetzt immer noch hier kurz vor dieser... Bahn da. Was, ich will ein bisschen achtgeben auf die anderen. Yes, ich hab ein Schwert. Oh, du musst sneak nennen. Gibt's eigentlich Ruhe. Äh, das ist mal besser. Das ist alles besser. Okay. Du musst sneak nennen, das ist Ruhe. Wo bist denn du? Bist du da oben? Nee, ich bin in dem Teil drin. Ich hab mir gerade hier ein Schwert rausgeholt. Ja, wo drin? In diesem kleinen Werkchen gewesen. Ah, wo bist du? Ich hab gedacht, du bist da jetzt hochgegangen. Also, ich hab schon einen Steinschwert. Genau. Äh, wie können wir uns zusammen lösen? Ich bin immer noch an der Bahn. An der Bahn? Ja. Mein Gott. Ich hör irgendwas mit Water hier. Water? Ich hab jetzt einen Pilz, ja. Achso, ich kann was machen. Ich hab nur einen Pilz, dann hab ich mich. Brauchst du Sachen? Doch, alles. Ich hab, wie gesagt, es ist ja bloß einen Pilz. Ich hab dir einen Golden Swert, wenn du eins. Ja, wenn wir uns finden irgendwo. Ich hab eins für dich. Ja, wo finden wir uns denn? Ähm, da wo du vorhin runtergefallen bist. Weißt du noch, wo das war? Da fragst du noch. Nein, wieso komm ich da an den Thron nicht rein? Warum hör ich hier die ganze Zeit, der ist Wurder hier? Hier muss doch irgendwer sein, oder was? Kann ich sein? Da, da ist wer. Ich hab einen Steinschwert, ich nehm das. Okay, passt. Ich verfolge jemanden jetzt. Quats, 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 quats. Wut, 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 wut. Irgendwie gibt es das Telefon. Tja. Oh, ich hab ja noch Urlaubsch. Nein, 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 ich werd geboxt, ich werd geboxt. Da, ich bin hinter dir. Ich hab mich vertrieben. Oh, danke. Explode. Bist du in dem Haus? Ja. Ja, nice. Hast du ein Schwert? Ja, gut. Brauchst du ein bisschen essen? Ich hab einen Apfel. Oder irgendwas. Helm? Nice. Ja, ein Apfel wär cool. Da. No, 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 no. Wenn du was isst, no. No, 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 no. Ja, ich hab vorne ne Potato gegessen, also ich bin noch voll. Oh, da ist Ende, verdammt. Muss doch irgendwo ne Kiste sein, verdammt. Ja, rausschneiden. Das ist schlimm. Ist denn hier unten aber irgendwas? Hier unten ist. Da unten ist was? Ne, doch ne. Alter, es kann nur so gut sein. Achso, krass. Ja, ich weiß jetzt warum das alles bei mir die ganze Zeit so komisch aussieht. Ich hab noch den TARDIS Mod an. Deswegen sehen die Slaps jetzt alle aus wie so TARDIS Dinger und die Türen sehen aus wie TARDIS Türen und so. Also nicht irritieren lassen. Hast du noch was G'scheites? Ne. Ne. Open. 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 Oh, nice. Was? Oh, wenn jemand tot ist. Waren wir schuld dabei oder hast du mal die hier übrig? Ne. Ich hab übens nur ne Hose, aber bloß Leder. Na, ok, ne, ich hab Gold. So, hab ich nur 8 Pfeile. Willst du eher Bogen nehmen? Ich bin kein Bogen Skiller. Ich kann schon, aber ich hab keinen Bogen. Ich kann dir alles geben. Ich hab einen Bogen und 8 Pfeile. Mal gucken. Da hab ich noch ein bisschen was zu essen, Goldbahnen, Lederhosen, Fisch. Ja, eine Goldbahnen hab ich auch noch. Eine Ledertunika, brauchst du die? Lederhose? Ne, Tunika. Dann bete besser. Warte, warte mal, ich hab ja noch... Du hast noch gar keine Leder an. So, jetzt. Gar keine Tunika. Ist da was drin eigentlich? Ne. Nuschalter. Alter, wo sind die alle? Sind noch... Ach, andere? Was geht? Wir sind schon drei entgegengewandt. Ähm... Sieht halt auch hier so scheiße aus, tut mir leid, aber ich werd, äh, morgen oder so, äh, dann das Tagesvideo hochladen und dann werdet ihr verstehen, warum das so aussieht. Was war da drin? Hier hast du ein paar Schülchen. Schülchen? Cool. Wow. Achso. Ähh... Was ist denn das für eine? Golden. Okay. Das ist golden. Hier ist auch was drin. Hm? Irgendwo war hier... Auch was drin. Ne? Na egal. Zum Wohnen war aber auch was drin. Oh! Oh. Nicht da reinfallen. Oh, da ist schon mal reingefallen auf die Volle. Ja, ich bin auch gerade was reingefallen. Da in dem Haus vielleicht noch was? Was, 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 was? Ach, kack, Zauney. Wir nehmen die Tür, wa? Ja, wir nehmen die Tür. Da ist nix. Was? Klick. Fuck. Nein, nicht da reingehen. Da kommt Lava. Nein. Warum? Das wurde so laut. Was war das? Ne Falle, da musst du sofort rausgehen aus dem Loch. Ich wollte die Kiste haben. Mein Gott. Okay, Leute, das war dann eine Runde Späifel. Ich glaube, mehr hatte ich... Späifel. Also bei dem Sound, da kann man sich auch nicht richtig konzentrieren. Also bei diesem Sound und dann noch... Ah, okay. Also eine Runde Survival haben nicht lange durchgehalten. Ein bisschen Teamplay. Wir haben es versucht. Also, ich verlinke auch nochmal seinen Kanal unten in der Beschreibung. Jo, ich auch. Das hol mir auch schon mal ein. Vielen Dank fürs Zusehen und man sieht sich dann irgendwann mal wieder, ne? Und lasst euch nicht auf April-Scherze einlegen und so. Heute ist 1. April, April, April und so. Bis dann.